Was du hast, ist nicht zwingen, was du möchtest. Und was du kriegst, denke ich zwingen, was du brauchst. Hey, ich bin Oswin. 10.4. Was kann ich für dich tun? Was kannst du denn? Ja, alles. Alles? Jupp. Cool. Ey, lass uns was tanzen. Gib mir ein O, ein S, ein W, ein I, ein N. Ich bin aus Wien. Gib mir ein O, ein S, ein W, ein I, ein N. Ich bin aus Wien. Gib mir ein O, ein S, ein W, ein I, ein N. Ich bin aus Wien. Wow, davon solltest du unbedingt ein Video posten. Carla M so. Urkrass geile Moves, Alter. Und ein Hornprinzessin so. Ein bisschen wenig Glitzer für meinen Geschmack. Und Ingo Fier. Hä, voll Unknuffe. Wer ist eigentlich Ingo? Na, dein Freund. Und was heißt Unknuffe? So viel wie blöd, dämlich, langweilig. Aber das ist gemein. Du sagst, das ist gemein und alles Lug und Rug. Hinterhält ich fies und fair und jetzt genug. Ich lese und sehe, vor mir ist alles gleich. Dabei finde ich nichts. Ich finde nichts. Das ist gemein. So gemein. Ich mein gemein, gemein, gemein. Gemein ist das gemein. Oswin, was hast du an Spielen? Ich bin so froh, dass du fragst. Das wird dich wegblasen. Ich sag, hast du ein Backup? Was? Sag mal, bei dir piepst es wohl? Nein, aber soll ich für dich piepen? Das will ich doch alles überhaupt nicht. Okay. Was willst du denn? Was du hast, ist nicht zwingend, was du möchtest Und was du kriegst, ist nicht zwingend, was du brauchst Wenn du was brauchst und ich weiß, wie du's findest Dann hör auf deinen Bauch Aber erst schürmig, 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 schürmig bereit Und wenn du nicht mitmachst, dann bist du raus Dann hör auf deinen Bauch